hallo mein freund ich habe gerade das video für freitag aufgenommen und beim start von breakpoint ist mir etwas ins auge gesprungen oder ins auge geklatscht worden besser gesagt das möchte ich dir nicht vorenthalten und zwar gibt es aktuell ein einmaliges ghost coin angebot und zwar kannst du dir 4200 ghost coins sichern für 19 euro 99 das entspricht wir gehen gerade mal in den shop dem mittleren angebot hier 2800 ghost coins für 19 euro 99 plus 50 prozent bonus wenn du dir das einzeln kaufen würdest also diese beiden pakete hier würdest du eigentlich etwas mehr als zehn euro zusätzlich zahlen ja das darüber wollte ich gerne informieren falls du nicht weißt was du mit ghost coins machen kannst du kannst hier im ingame shop das ist also ghost coins ist die echtgeld währung wie du jetzt vielleicht schon geschlussfolgert hast damit kannst du dir kosmetika kosmetika kaufen und zwar panzerwesten auch verschiedene tarnungen und so weiter ich habe mir zum beispiel das fleck tarn gekauft und hier ja habe ich mir das einsatzhemd g3 gekauft hier das g3 einsatzhemd habe ich mir gekauft ja und das kannst du mit diesen ghost coins machen werde ich wie gesagt werde ich das auch noch tun du musst beim einkauf nur darauf achten das siehst du vor allem hier bei den waffen dass du dir nichts kaufst wo diese glühbirne hier oben rechts im bild ist denn diese gegenstände kannst du dir auch einfach so im spiel erspielen ja also ob dieses angebot auch für konsolen besitzer gilt weiß ich leider nicht es um darauf zuzugreifen kannst du auch nicht hierüber gehen sondern du musst tatsächlich hier diese news unten rechts auswählen oder wo auch immer die bei dir steht und dann oder halt mit der maus drüber gehen und dann nix drücken um den shop zu öffnen und dann öffnet sich hier das uplay beziehungsweise ubisoft connect overlay und darüber kannst du es dann kaufen ja gut ich hoffe ich konnte dir damit gut weiterhelfen wenn ja lass mir gerne däumchen und ein abo da und dann sehen wir uns im nächsten video mein freund ich freue mich auf dich wir sehen uns bis Hitze bis 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 wenn